Hallo Freunde! Der Sommer ist endlich da! Freut ihr euch auch so darüber? Passt auf! Was war denn das? Es sieht so aus, als wäre der Wasserdruck in der Leitung zu groß gewesen und der Druck hat den Hydranten gesprengt. Lasst uns die Streifenwagen um Hilfe bitten. Hallo Streifenwagen! Wie ich sehe, habt ihr die Stadt überwacht und gesehen, was passiert ist. Auf geht's! Helfen wir Tom und Tyson! Auf geht's. Was war das? Was meinst du, Matt? Als erstes müssen wir Tyson zurück auf die Räder bringen? Aber wie sollen wir das tun? Tom sagt, er könnte seinen Abschlepphaken dafür benutzen. Aber er bräuchte Hilfe. Frank, Matt sagt, du könntest Tom mit deiner Leiter helfen. Großartig. Jetzt müssen wir das Leck stopfen, Matt. Tyson, Matt sagt, sie müssen mit Tom diesen Vorfall untersuchen. Kannst du hier bleiben und aufpassen, dass kein anderes Auto in Gefahr gerät? Ach du liebe Güte, eine riesige Muschel steckt dort fest. Wir müssen ihr helfen, da rauszukommen. Tom, hast du eine Idee? Zufällig hast du Öl dabei? Und wir können damit der Muschel helfen, loszukommen? Okay, auf geht's! Matt sagt, Hector sollte die Ölkanne nehmen und die Muschel mit dem Öl einschmieren. Ich hoffe, das wird funktionieren. Ja, es klappt! Gut gemacht! Wie gut, dass du das Öl dabei hattest, Tom! Jetzt ist bestimmt nicht mehr so viel Druck auf den Leitungen. Der Druck ist wieder normal, aber wir haben immer noch diese riesengroße Pfütze. Was sollen wir machen? Dein Tank ist leer und du könntest das Wasser einsaugen? Was meinst du, Matt? Okay, dann machen wir das. Mhm. Gute Arbeit, Tom. Jetzt sieht die Straße aus wie vorher. Mhm. Vielen Dank für deine Hilfe, Tyson. Tschüss alle zusammen. Genieß den Sommer. Mhm. 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 Guten Morgen, Carlo. Was hast du vor? Mhm. Oh, natürlich. Es ist Pizzatag. Du musst jedem in Car City eine Pizza liefern. Mhm. Das muss ein ganz schön stressiger Tag sein. Mhm. 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 Warum rufst du nicht die Streifenwagen? Ich hole Tom, damit der Carlo repariert. Hey Leute, ihr wisst, dass heute Pizzatag ist, nicht wahr? Also, Carlo hat einen Unfall und er kann nicht mehr fahren. Er möchte, dass ihr Leute die Pizzas für ihn ausliefert. Könnt ihr das machen? Oh, hallo Tom. Carlo möchte sich bedanken, Jungs. Hier sind die Pizzen. Alles klar, Leute. Auf geht's an die Arbeit. Am schnellsten geht's wohl, wenn wir uns aufteilen. Hallo, Penny. Ich wünsche dir einen fröhlichen Pizzatag. Hier ist deine Pizza. Oh. Wow. Yay. Hey, Leute. Frank ist hier, um euch heute eure Pizza zu bringen. Oh. 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 Da ist er ja, Matt. Jerry, warte mal. Matt hat etwas für dich. Hm. Ich glaube, Jerry hat Angst, dass er verhaftet wird. Vielleicht solltest du deine Sirene ausstellen. Gibt es eine andere Art, ihn zu fangen? Hm. Oh. Dein Geschwindigkeitsbooster. Gute Idee. Jerry, Matt ist nicht hier, um dich zu verhaften. Ich kann gar nicht glauben, dass du es vergessen hast. Es ist Pizzatag. Matt will dir nur deine Pizza geben. Oh. Fühlst du dich besser, Carlo? Alles klar. Alles klar. Ich glaube, die Streifenwagen haben etwas für dich. Genießt eure Pizza, Leute. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Weheh! Weegehr! Whee! Wee! Das war's für dich. Damitißt du nicht, bitte. Schwierbar. belch. Vielen Dank.